Willst du ein bisschen essen von mir? Ja, ich hab Chicken. Sven? Ja, ich hab Chicken. Wo hast du die Plates? Plates? Die Plates. Was für Plates? Was für Plates? Warte. Äh, advanced. Nein, du machst jetzt keine Diamond Plating rein. Ja. Das ist scheisse. Wieso? Weil das, äh, äh, Teil besser ist, äh, Energy Shield. Weil es leicht ist. Und hast du Farce der Meta? Einen hab ich. Und nur einen. Das ist halt scheisse, schwer zu machen. Ach, du bist hier schon was zum Craften. Ich hab so das Gefühl, wir sollten uns mal einen Liquid Transposer machen. Nein. Nein. Der ist von einem anderen. Ey, jemand muss wieder Robber holen gehen. Oh Gott, das kannst du mal weggehen. Nein. Ich war immer. Echt? Ich war immer. Immer? Ja. Nein. Ich war immer. Oder und so? Ach, lol. Äh? Lol. Ich sollte Platz haben. Hm. Ja, komm Ich geb dir einen Hinweis Was? Was wir vor der Aufnahme besprochen haben Alter Ja Wir haben ja dieses Thema Achso Als Frage Ich denke nicht Was machst du? Nein, der andere Ich brauch was Er braucht die Scheiße Warum ist dieser Krieg so schwer herzustellen Ist doch alles voll easy Ohne Scheiße Ich hasse jetzt Advanced Circuits Ich muss jetzt gerade einen herstellen Advanced Circuits Ist das nicht Ich eigentlich einfach noch mit Lapis Ja, nicht nur Das nervt trotzdem Scheiße, Mann Was würde ich doch eigentlich Wieso lädt es meine Electric Free Trap wieder auf? Keine Ahnung Was ist das? Thailand Was? Äh, äh Lab Pack oder so Vielleicht von der Rüstung Ich weiß es gar nicht Genau wie das ist Aber beim Powertool wird bei mir immer noch die Immer noch nichts angezeigt Oh, das geht halt seine Zeit Oh, Sven Das brauchte ich jetzt gerade Ja, ganz gerne Oh, jetzt ja Hä Hm Hm So Warte, hier kommst du noch ein bisschen Ja, ich komm nicht Dings zurück über Okay, ja gut, hast du wieder Ah, ich brauch noch Copper Treff ich, treff ich Boah, ich Oder hast du noch hier Copper Kann ich Copper von dir nehmen Ja, wieder Gut So Ah, mehr Kohle Kohle Hm Verdammt, hier geht das schon wieder Ach, ich brauch dann auch noch Wub, äh, Rubber Wubber Wubber Äh Tja Ah, okay, wie Wo ist das Werkzeug für dieses Rubber-Dings? Das, äh, Sven ist doch vom Rubber-Fan Achso, bist du? Alles klar Jo Okay, ich kann mal noch schauen Hast du's? Danke, vielmal Was hab ich? Ja, für Rubber-Fan Oder? Ey, was hast du genannt? Bist du so wie vergiftet? Ja, ich weiß Ich hab Rotfleisch gegessen Willst du ein bisschen essen von mir? Ja, ich hab Chicken Sven? Ja, ich hab Chicken Äh, ja, gerne So, hier Ich liebe Chicken Okay Okay Tut schon Wer tut schon nicht Hast du's aufgenommen? Wer tut's schon nicht Jo Okay Hä, wie hast du denn das jetzt aufgenommen? Du, sonst zieh mich halt weg Magnet Mode Nein, schnell den Wiener aus Ja, ich weiß Ich hab ihn vorhin gebraucht Für das Rubber-Fan Wo hast du das Rubber hingetan? In den Extractor? Du meinst, das ist der Grysine, ne? Ach so, ja Dann Jetzt tut's verarbeiten, oder? Äh, oder auch nicht Doch tut's Oder auch nicht Wie macht man eigentlich Rubber? Im Extractor Okay Ja, das wusste ich nicht Kann ich ein Stack aufnehmen? Ja, ja, nimm nur Yeah So Was willst du mit Rubber machen? Ja, ich muss schnell Äh Noch ein bisschen Copper Cable machen Copper Cable? Also das nix 10 Wirklich? Ich hab'n 8 Boah, Alter Wir brauchen 4 1 Sebastian Den Chat weg Ja Was denkst du, was ich machen will gerade? Hilfst du mit, Sven? Äh, hast du Energy Shields? Was? Ich meine, hast du Fortfield Ja eben, mach die zuerst Oder sonst mach ich die Ja, dann mach du die Oder Fuck, Alter Advanced Circuit Hab' ich schon Wir machen ein paar Liegen schon hier Nein, hab ich hier Jetzt reingetan Wie macht man Solenoid? Maschinenblock und Nein, mach's nicht mit dem Maschinenblock Mach's mit dem Ironing Und Wiring haben wir noch Lass, ich mach noch Wiring ist es ja nicht Wir haben hier noch Ich mach gerade noch Solenoid Haben noch gemacht Solenoid Okay Warte Ähm, wo haben wir Viren Rind? Das kannst du schnell herstellen Das ist kein Problem Äh, das ist aber, wir haben doch noch Ja, haben wir noch Enderpan? Haben wir noch Enderpan? Warte, ich geh schon schauen im System Nein Alter, ich geh schon Ja Ich wär zwar auch, äh Geschauen gegangen, aber Wir haben keine Oh mein Gott, ich komm jetzt langsam näher Gut Ich mach uns schnell ein paar Enderpanen Jakob Okay Leck mich, äh Brauch noch, äh Solenoid Zwei Stück und zwei Enderpanen Oh, jetzt muss ich nur noch so ein LV Kapazitor machen Äh, Enderperlen, Enderperlen, Enderperlen Minium Stone und Ironing Leck beides im Projekt Okay, vielleicht Iron nicht Ich brauche Wiring Silber, Ignit Tapier und Gold Für was brauchst du Silber? Für LV brauchst du Stoff Machst du ein LV Kapazitor? Ja genau Für was? Ich brauche noch Gold Wir haben doch noch Wiring Sollten wir noch haben, oder nicht? Eben, irgendwo sollten wir es noch haben Ja, ein Project Held wahrscheinlich Ich hab das zu Wiring brauch, äh Ich hab rausgefunden Wiring brauchst du einfach am meisten Von allem So, gut Wiring, äh Müssen wir noch herstellen, oder? Ich nehme schnell die Vor- Äh Ich brauch schnell die Vor- Warte, ich hab noch Was denn genau Schon wieder Hast du genug Für deine Rüstung? Jot Äh, nicht Warte, ich hab noch Für drei Drei Habe ich Habe ich noch Einen hab ich noch Brauchst du noch genau einen Oder mehr? Äh, warte Ich brauch noch einen Also noch zwei Okay, warte Mit deinem Also wenn du mir dein gibst Da brauch ich noch einen Okay, warte Ich leg ihn hier in die Kiste Stall Ähm NG per Damage Wie viel soll ich da machen? Einfach Mach voll Voll Okay So ich brauch jetzt nur noch zwei Wiring Warte, da haben wir doch noch in meinem Project Eben, glaub ich nicht Ich hab nachgeschaut Haben wir noch Gold Hier haben wir noch Gold Kabel drin, warte Kann man das dann einfach so Schau mal, so geht's Achso, okay, cool Ich brauch nur zwei Scheiß drauf Ja, okay, okay Also ich nehme mir Wahrscheinlich zwei Davon Zack, zack So So Und dann hab ich Dann hab ich meine Sache schon Das kannst du ja auch machen, wenn du willst Nee Ich hab dir das andere gemacht Ja, okay, okay Schon gut Schon gut Äh, fuck Wie geht das schon wieder? Nein Oh yeah, ich hab's Nice Ich kann mir das jetzt machen Einfach Oh yeah Was kannst du dir machen, Sven? Das mit der Melee-Assist Das mit der Faust Ich find das viel besser Dann brauch ich kein Schwert Und wenn ich zum Beispiel jetzt in der Höhle bin Ich hab jetzt auch das mit der Spitzhacke Dann ist das perfette Ausrüstung Für die Spitzhacke Ich hab die Spitzhacke Ich hab die Spitzhacke Ich hab die Axt Und ich hab die Schaufel Kann ich graben Und dann muss ich zum Beispiel nicht Exer zum Schwert wechseln Oder so So hab ich kann nicht gerade das So spart man auch Aber das ist nicht so stark, oder? Doch, ist ziemlich stark Schau mal Ich bin zum Besten Eigentlich Ich find's zwar Weißt du Die andere Sache find ich zwar schon cool Weil man so Irgendwas schießen kann Aber ich find's einfach nützlicher Ich meine Ähm Es ist nicht so stark Wie das Nano-Saber Ja, aber das Egal Ey Was? Impact Carry-Through? Ich Ich Komm nicht so ganz drauf Ach, man kann Knockback einstellen Was ist Knockback? Ne, Rückschlag Aber scheiße Ich will keinen Knockback Wirklich What? Man kann die Gegner Richtig Wegnocken Aber das will ich gar nicht Ich glaub Das mach ich Das kann Sven uns machen Na was? Zweit Ich? Der andere Er hat's schon gemacht Darum mein ich Was? Diese zwei Mehl Es ist Irgendwas ist mit Impact? Ich komme nicht raus Was das bewirkt Mach's uns Dann wissen wir es auch Ist das mit dem J Hinter Ist es Joule Das ist der Stromverbrauch Ach, die Energie Ach so Der Damage wird stärker Ich mach mal Voller Damage Ich mach euch Ich mach uns mal Schnell was Spezielles Ja genau Das kannst du gleich Mal rausnehmen Danke So, ich möchte die Jetzt mal Gerade ausprobieren Nice Ach so Okay Das ist wenigstens Noch einfach Was? Wir brauchen Wir müssen endlich Mal im Lager Ne Teil machen Automatisch Dingsbums Haben wir noch Gold? Haben wir irgend so noch Gold? Buff fan Gold,deome, Gold Eh, was? Kopf und Redstone, bitte noch Nice Oh, du kannst auch selber Diego, gleich am System Wisst du Kopp.... Ich nimm jetzt alles Einfachen Stack Redstone Redstone Endstack Jaa, ich wollte dasselbe an wo sind die Monster nur okay schon lange keine mehr gemacht aber das sollte machbar sein eine Iron X Tja das willst du jetzt wissen ne für was brauchst du eine Iron X ja das sag ich dir nicht das brauchst du nicht fürs Power Tool oder das weißt du für was willst du das jetzt einbauen und wo kacke so geht das nicht ach ey wo sind die Monster hingeblieben für was willst du für was machst du jetzt ne Axt na lol was soll das jetzt werden ja das auch hier muss es hin also wo hast du das ganze Koppel hallo wo sind die Monster hin ich hab hier noch ja es ist Tag nein ich bin in der Höhle ey das kann doch gar nicht sein haben wir das wir haben doch das nicht ausgestellt ne ach ne haben wir wirklich nicht was suchst du Sven nein was machst du eigentlich hier ne ne ich mit hier nicht hier ja genau für was ne Sa Sa für was brauchst du ne Sa braucht das eigentlich Strom für was brauchst du sie ähm willst du ne automatische Baumform machen das machst du nicht so nein 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 das schon nicht ok was willst du dann machen äh das braucht Strom ne sag doch einfach was du machen willst ich gerade so das für was ja cool zwei Schläge und die Spinnestu das ist doch cool Sven für was brauchst du es ähm ähm warte das brauch ich für ok ey cool ich ich kille Sache ich kille Sachen mit zwei Schlägen also die Faust ist eigentlich ziemlich gut ok nice äh äh genau ich hab mir jetzt ne Höhle ach egal Sven Sven kannst du jetzt mal sagen für was du da Sa Dingsbams baut nein ich will es nicht ich will ich will es dir nicht sagen warum nicht weil ich gerade keinen Bock drauf habe dir das zu sagen wahrscheinlich ne Überraschung also ne automatische Baumform kannst du nicht draus machen wie schon gesagt ich für was soll ich was du weißt dass es nicht mit diesem Strom geht ne sondern ist äh dieser Strom hier ist äh MJ so wie unsere Rüstung läuft und der Strom den wir bei den Normalmaschinen haben ist EU stimmt 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 brauchst du äh gut Prozent wenn schon zum Betreiben brauchst du solche wie heißt äh diese diese pumpen da weißt du welches meine ich meine ich äh engine wir haben hier noch Sterling engine ok also wir brauchen du brauchst engines die genug Power haben Team engine oder oder aber ich habe ne Idee ich sonst wie weißt du wie äh wie bei der Query unten du warst das gleiche wie du bei der Query baust unten das ich gebaut habe weißt du was ich meine kannst du mir das schon machen du kannst du mir das schon machen ich will den Knockback an ja ich weiß schon was du meinst kannst du mir hä hat gar kein Knockback gegeben nein kannst du mir das schnell machen Jakob ey machst bitte du ich bin jetzt an diesen Teiler hier weißt du ok ein bisschen Knockback an ich baue jetzt auf hier am Jetpack du kannst ja schauen was es ist und dann kannst du spawnen das ist gar nicht so schwer man kann ja eben das Jackback so in die Rüstung rein machen oder ja das ist cool das kann man anstatt dessen dann noch machen in das Ding also in das in die habe ich jetzt eigentlich auch schon eine Rüstung ich möchte immer nur mal sehen was man so modifizieren kann ich weiß gar nicht ob du schon Schutz hast überhaupt du sollst es sollte eigentlich Power 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 Torso ich nehme mir das raus du musst alles rausnehmen Request äh ich kann alles nehmen you oh Lapis bitte noch anfordern gleich wenn es geht stimmt ich hab das ja gar nicht ich kann es aber schon färben das kann ich machen ja cool wir brauchen dringend Lapis äh also das unten bei der Query brauche ich oder ja warte ich ich komm kurz dir nachher helfen warte LOL ich hab ich wusste gar nicht dass man mit äh dass man die Pigmans mit einem Schlag mit dem Laser Saber killt doch ist geil also Energy Bridge kannst du unten eingeben Energy Bridge äh Energy Bridge ja doch Energy ah scheiße und dann welcher äh oder warte ach die es gibt nur eine äh Energy Bridge ok gut die ist schnell gemacht dann warte ich baue das Ganze ab hier dass ich weiß was das ist PC Producer ich schiebe hier mal auf 4 d n 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 wir müssen mal die Köln wieder umsetzen weil er ist und sagen wir bald kein Lafis und so zurück auch jetzt in der Rüstung ich denke jetzt die Rüstung gut ich habe eine Energy Bridge dann auch noch und er ist die Produkte PC BIA PC welchen und Kördusse naja Nordius nicht den Konsum Sterling Menschen haben ja ja aber macht sich mit der Menschen sondern mit dem was ich jetzt sage wenn du die Rede Steam Engine macht den BZ für die Arbeiter brauchst du für den BZ aber du brauchst noch eine Engine ja ja kann ich die Sterling Engine wo ist sie im System wir haben noch 5 Sterling Engines okay wenn du kannst du dir vorstellen